Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Leute ernst nimmt, weil das merken die natürlich. Ob sie Standardantworten bekommen oder ob da wirklich jemand hinter sitzt, der ihnen antwortet auf ihre Fragen, die sie genau haben, auf ihre Anmerkungen. Das ist manchmal ganz schön viel Arbeit, wenn man irgendwie 10 bis 20 Nachrichten am Tag bekommt. Aber das ist auch, glaube ich, ein großer Teil, der den Erfolg von einem Podcast ausmacht. Weil man baut sich eine Community auf und die merken halt ganz schnell, wird man ernst genommen oder eben nicht. Herzlich willkommen auf den Lokalrundfunktagen 2019. Ich bin Julia Leih und hier bei mir im Studio steht jetzt Philipp Fleiter. Philipp, du bist Radiomoderator, Podcaster und du hast den Podcast, das Verbrechen von nebenan, für Radio Gütersloh entwickelt und bist eben auch Host dieses Podcasts. Was mich interessieren würde, mein erster Gedanke war, True Crime Podcast, nochmal, wirklich, wir kennen alle Serial, wir kennen diverse deutsche Varianten davon. Dann würdest du einem anderen Radiomoderator heute empfehlen, das auch zu machen, diese Entscheidung so zu treffen? Ja, natürlich. Also wenn er da Bock drauf hat, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dann sollte er das auf jeden Fall machen. Mich hat das Thema einfach interessiert. Also ich habe immer schon gerne True Crime Formate geschaut und habe mir dann auch letztes Jahr angefangen, Podcasts dazu zu hören. Und da ist mir halt aufgefallen, gerade auf dem deutschen Markt gibt es zwar viele Podcasts, aber auch viele, bei denen ich gedacht habe, das kann man vielleicht besser machen. Und das war eigentlich so mein Antrieb, meine eigene Leidenschaft für True Crime. Der Gedanke war ja erstmal, sich mit Verbrechen zu beschaffen, die sozusagen aus der Nachbarschaft kommen, regional in NRW. Okay. Was muss man denn bei einem Lokal-Podcast beachten? Was ist da anders als bei vielleicht einem überregionalen, deutschlandweiten Podcast? Ja, also ursprünglich war es halt so lokal, weil das natürlich Fälle sind, durch die ich mit meinem Job schon viel zu tun hatte. Da muss man natürlich ganz besonders auf die Details achten, weil die Leute kommen von da und die wissen dann, okay, das und das kann nicht stimmen. Da kann man nicht einfach sozusagen irgendwie ein bisschen sich was ausdenken. Nein, also die Details müssen stimmen und wenn ich jetzt sage, er brauchte fünf Minuten zu Fuß vom Stadtpark bis zur Villa, dann muss das auch genau fünf Minuten gedauert haben. Sonst meldet sich irgendwer bei mir. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das offensichtlich was ist, was auch Leute in Berlin und in Zürich und in Polen und in Australien interessiert. Also so lokal ist es eigentlich gar nicht mehr. Also ich glaube, gute Geschichten sind einfach universell. Die kann man sich überall anhören. Da ist es dann egal, ob man aus der Ecke kommt, wo das passiert ist oder nicht. Das ist ja eigentlich total interessant, weil bedeutet es nicht eigentlich auch, dass so eine Art von Podcast vielleicht auch eine Chance ist für das Lokalradio, dem ja oft schon der nahende Tod vorausgesagt wird, irgendwie nochmal eine neue überregionale Relevanz zu erfahren? Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wir gerade bei den Lokalsendern ja die Experten sind für das, was vor Ort passiert. Und bestenfalls, wenn du von einem Radiosender kommst, kannst du auch Geschichten gut erzählen. Das lernt man nicht bei jedem Radiosender, das ist leider auch so. Aber wenn einer Geschichten gut erzählen kann und hoffentlich eine einigermaßen angenehme Stimme hat, dann sollten es eigentlich wir vom Radio sein, ja. Ihr seid mittlerweile in der, glaube ich, zwölften Folge bei eurem Podcast. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis in diesen ersten zwölf Folgen? Die erste Erkenntnis war, dass es ganz schön viel Arbeit ist, was ich nicht gedacht hätte, weil man muss natürlich bei dem Format extrem viel recherchieren, wenn man viele Details haben will. Und dazu kommt auch noch, dass dieser ganze Community-Kram, nenne ich es jetzt mal, also der Kontakt mit den Fans, der mir auch sehr wichtig ist, extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, wir kriegen irgendwie 20 Nachrichten am Tag und die wollen ja auch alle beantwortet und ernst genommen werden. Genau danach wollte ich dich auch noch fragen, gerade beim Vorbild Serial, das ich ja schon angesprochen hatte. Die haben es ja, es war ja wirklich beeindruckend zu sehen, wie die Hörer da mitgemacht haben, mitgefiebert haben, mitdiskutiert haben, aber wirklich eigene Websites aufgesetzt und mitrecherchiert haben. Wie schafft man das, diese Art von Hörereinbindung und vielleicht sogar Interaktion? Ich glaube, ganz so wie bei Serial, da bin ich jetzt noch nicht. Aber wichtig ist, glaube ich, dass du die Hörer ernst nimmst. Also wir bauen in unserem Podcast immer wieder ein, dass wir Hörerfragen vorlesen. Es gibt Abstimmungen, welche Folge kommt als nächstes. Also ich glaube, die Fans von Verbrechen von nebenan, wir nehmen die ernst und die uns auch und ich glaube, das merken die einfach. Also ich versuche wirklich auf jede Nachricht, auch wenn es ganz viele sind, zu antworten, auch länger zu antworten, nicht mit Standardantworten und das pflanzt sich sofort. Also es kommen ganz viele Nachrichten dann von Leuten, die sagen, hey, ich kenne den und den Fall, das ist bei mir nebenan passiert, ich kann euch noch das und das dazu erzählen. Und das ist natürlich unglaublich. Ganz interessante Einblicke von Philipp Fleiter, Radio Gütersloh und seinem True Crime Podcast im Lokalen, hier auf den Lokalrundfunktagen 2019. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.